Hallo und Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Devil May Cry und die Hitze steigt mir zu Kopf Aber egal, Gegner an den Klagen So, jetzt Tipp für Fortgeschneidung, Blockaden, welcher der Rohr auf dem Demo Ankhalt kann bei blockenden Gegnern für offene und verwundbare Stellen sorgen Jawoll Kann es sein, dass ich jetzt die Engelswaffe bekomme? Oh, seine Mutter ist genauso wie meine Boah, ne Sichel Und was macht die? Ah, oh siehe Das Ding macht mich wahnsinnig Engelssense, die sehr gut dazu geeignet ist Große Gegner gucken Das ist nicht so weit Wer ging da dritten? Egal, ähm Klammer, Rotor hängen Ach, die setze ich mit der einen anderen an, okay Alter, die ist ja fett Okay Alter Nah, wuhuuu Cool direito Sterbs Wie spät, wie spät, wuhu! Jawoll! Was ist das? Yes, sirs! Die Sensor hat in sich! Engel? Teufel! Engel? Teufel! Ah, wie geil! Ahhhh! Cool! Ist hier was? Jawoll! Hinter den Engelstüren sind wahrscheinlich auch... Ne, da ist er nicht lang gelaufen, oder? Oder doch? Habe ich wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen, ich glaube? Ja! Ich könnte jetzt mal auf eine Fertigkeit... ...Gegner-Schritt, Dämon-Ausweich, Engels-Ausweich... ... 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 Strähne? Hm. Ich nehme aber mal den Reiswolf. Boah, der sieht nämlich voll fett aus. So. Wollen wir mal weiter? Warte mal. Hm, scheint irgendwie nicht so funktionieren, wie ich will. Ach, ich bin hier wieder falsch, oder? Ich weiß noch nicht mal, wo ich lang muss. Ach, ich denke mal, hier bin ich richtig... Eine Dämonentür. Ach, wie süß. Und... Und... Einreißen, jawohl. Und da gleich die... Engelstür. Cool. Wie es abgeht. Und... Einreißen. Oh, ich liebe dieses... Waffenspiel. Stirb! Spinn. Das ist irgendwas Engelsmäßiges. Deine blaue Rose. Schickt er mich wieder irgendwo hin? Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Ich verstehe, was auf dem Spiel steht. Ich bin hier... Oh, leck mich schon wieder hier. Diesmal in... Engels... Gebiet. Ich glaube... Hier kann man viel mehr machen mit der Engelswaffe. Och, Kari. Die zweite Kette kaputt machen. Spielchen kennen wir ja schon. Im letzten Part haben wir ja schon eine kaputt gemacht. Hm. Was ist das? Ah, ja. Wuh. Die ist viel besser, ey. Wenn man es richtig drauf hat, kann das richtig spaßig werden. Ja, sehr nett. Oh. Ach, Gegner. Funktioniert das auch? Ah, ja. Okay. Okay. Boi. Alter, das ist ja geil Wegschlagen, ranziehen Wegschlagen, ranziehen Wegschlagen, ranziehen Wegschlagen, ranziehen Wegschlagen Das ist mal ne geile Kombo, muss ich mal merken Verwende den Dämonenhaken, ist okay Wow Wow Ah ja, okay Und das muss ich jetzt zusammenschlagen Also einfach Und BAM Das ist wohl ganz schlecht Das war der True Show Oh mein Gott, was ist das? 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 Komm her! Oh! Und du lässt es schön klein hier! Ich muss das mit den Comos wirklich noch ein bisschen büten, damit das auch stylischer aussieht. Yeah! Aber ich denke mal, sieht schon stylisch aus, oder? Bin ich hier bald draußen? Ich erinnere mich an meine Mutter. Ihr Name war Eva. Sie gab mir das. Ich hatte auch einen Bruder. Wir waren eine Familie. Ich hatte keine Ahnung von der Gefahr, in der wir uns befanden. Die Dämonen fanden uns. Als sie einbrachen, sah ich ihn. Sie opferte sich, damit wir fliehen konnten. Ich werde nie vergessen, was er ihr antat. Hast du aber... Unser Vater, Sparda, schaffte mich und meinen Bruder fort. Er trennte uns. Versteckte uns unter den Menschen. Lies uns vergessen, um uns zu schützen. Deshalb wussten wir nichts mehr. Bis jetzt. Kann ich jetzt wieder rauskommen? Oder muss ich noch gegen etwas kämpfen? Aber ich denke mal, ich muss noch wahrscheinlich gegen etwas kämpfen. Ähm. Höpster! Höpster! Wuuuuh. 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 Komm her. schon lustig so beides zu benutzen krass stop ich hab doch gerade erst angefangen was war das alter geiler ausgang war knapp du bist mein bruder zwillingsbruder ich habe schon seit langer zeit nach dir gesucht wie haben wir von unserer mutter ich glaube sie hatte eine vorahnung dass wir aufeinandertreffen würden und unser vater spada verbannt für immer man sagt es wäre schlimmer als der tod und er kann niemals zurück ich will mehr wissen woher kommen wir was ist mit uns passiert und vor allem wer ist für all das verantwortlich und wieder die mission geschafft und das ist gut so stil.tss gibt doch fortschritt war aber auch wieder so kann man noch ändern verbesserung habe ich wieder nur eine dazu habe ich diesmal nur eine dazu bekommen sagen wir es mal so die zeit war nur mittelmaß aber ich denke mal soll es auch für heute gewesen sein also bis zum nächsten mal bye bye euer wir bei wir hier ja Bis zum nächsten Mal.